hey willkommen zu der legend auf zelda mit fast keine energie mehr suche ich mir irgendwo hier vielleicht energie ja toll das herz liegt aber so dass man es nicht kriegen kann das ist unfair ich glaube ich suche mir am besten ein hexenhäuschen ich wieder energie kaufen kann das ist ja vielleicht nicht schlecht geld habe ich ja was dann genügend was hat nur ein hexenhäuschen finden also so ein shop ich glaube hier unten war einer oder ja ich glaube hier war er auch wenn ich das hier überlebe mit den beiden hier weg hier dürfte ich mir energie kaufen oder ja zwar einiges aber sehr egal danke auch noch mal und dann lasse ich mich glaube ich gleich absichtlich kann man töten dann kann ich ja irgendwo hier wieder starten ja genau danke auch gut jetzt habe ich fast alle meine rubine verschwendet ja was heißt verschwendet ist ja wichtig so wir können mich einmal umfänger nach so die macht mir leider nicht so viel schaden wie ich überhaupt habe gut er nicht gut gibt mir auch noch mal ein herz okay so wo muss ich dann eigentlich hin wo ist ein tempel nummer drei das ist noch mal fünf tempel nummer einer tempel nummer drei ist da oben im wald gut da ich ja meinen gockel habe denke ich mal kann ich auch hinfliegen was okay in der schatten welt kommt der gockel wohl nicht das ist natürlich schade das heißt ich muss ja den ganzen weg wirklich hinlatschen nun gut dann mache ich das halt hat mir nichts anderes übrig was ouch jetzt bin ich auch gleich tot eine bombe eingesammelt ich glaube nicht dass ich lebend zum wald hinkomme wenn ich hier hochgehe komme ich denn dahin weiß es gerade nicht weil das ich völlig verkehrt bin ja und hier komme ich da nicht hin nun gut also weiter latschen das ist weiter hier lang weil dann nicht wenn ich mich hier teleportiere das möchte ich jetzt einmal wissen weil das so verdächtig aussieht so wir können ausprobieren und wo landen wir doch nicht das sah nur verdächtig aus wer kann ich das schaufeln das kann natürlich auch sein wo sind die schaufel wo ist die denn die habe ich nicht mehr weil ich jetzt die flüte habe oder wie er sein können schade ich sehe ich sehe die schaufel nicht mehr nicht dass ich die jetzt hätte brauchen müssen für irgendwas ist natürlich ärgerlich denn ich kriegte schaufel immer wieder das kann natürlich auch sein ausprobieren so bist du noch da ja er ist jetzt ein baum geworden wenn ich jetzt noch mal flöte was passiert dann nix er ist tot schade er sein kann dass es noch irgendwas bringt leider nicht das ärgert mich so eine fee eingesammelt habe ich wieder genügend energie hier war früher kakariko jetzt sind hier auch häuser was haben wir denn hier zum beispiel ein spiel mit pfeilen na mein junge probier doch mal deine schießkünste an meinem schießstand aus was fünf schüsse kostet 20 rubine es winkt ein paar extra rubine na gut ich versuche es mal versuche fünfmal zu treffen ziel genau bereit ja das heißt ich brauche pfeilen oben so und jetzt muss ich fünfmal treffen ok schwupp toll ok so so jetzt was betrug schummelbude ja nun ja komm ich versuche es noch mal ich werde fünfmal treffen treffe eins treffe zwei nein nein gut dreimal hätte ich getroffen schön ja komm ich will es noch mal versuchen so ja ja ziel genau schon klar toll wird schon mal nichts mehr ja komm weg mit den pfeilen ich versuche es noch mal von vorne komm ja bitte so ich versuche es noch einmal und dann ist Schluss treffe eins treffe eins treffe zwei treffe drei treffe vier und hi zu früh abgeschossen ok ja ja ich habe viermal getroffen das ist ja auch schon mal was toll toll na komm weg mit den pfeilen ich möchte diesen extra preis haben was ist das sag es mir ja ja fünfmal treffen ist schon klar so auf eins sind jetzt zu viele Hände da am Weg so treffe zwei einfach immer schön langsam bleiben dabei mit ruhe geht das alles was der hätte eigentlich treffen müssen ach ja das kann Spaß machen ja ja bitte versuch fünfmal zu treffen ja ja ist mir klar also du verdienst eine Kohle ja alles wieder wegschießen komm nochmal ja bitte so ja genau versuch fünfmal zu treffen wenn das denn nicht so unfair wäre was was ja jetzt traf ich gar nichts mehr hä der hat doch voll getroffen oder nicht Schummelbudel komm nochmal vielleicht kriegt man ja irgendwas besonderes dafür kann ja sein oh ich bin zu doof dafür gibt's doch nicht was er hat doch getroffen oder nicht na gut das war wieder nix völlig fehl am platz ja bitte so nochmal abbesuch so Klappe 1 warten bis die Hände weg sind jetzt ich hab eigentlich getroffen ne man hat's gesehen er war eigentlich drinnen in der Figur aber nein es ist wie auf dem Jahrmarkt sowas darf natürlich nicht ne man darf keinen Hauptpreis gewinnen da komm ich versuch noch einmal und sonst mach ich das irgendwann mal na gut so okay tschüss ich versuch das irgendwann mal aber nicht jetzt so jetzt hab ich ein bisschen Zeit verschwendet muss ja auch mal sein ne so ich würde eigentlich nur in den Wald jetzt kommen ähm okay von hier geht's gar nichts gar nichts mehr weiter irgendwie ähm komm wieder nach oben achso gut das Witzel ist gelöst krass so äh 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 wie kann ich jetzt ich verstehe es nicht wie kann ich den jetzt auch immer nicht aufsammeln jetzt bin ich aber komplett verwerten wenn ich hier runterhüpfe bringt mir das irgendwas naja jetzt bin ich hier wo hast du mir du kommst im schatzkarten grabe in 30 sekunden so viel wie du nur kannst alles was du findest gehört dir 80 rubine und es kann losgehen ja ja hier die schaufel ab jetzt läuft die zeit wo ist die schaufel denn äh ja ja ist schon klar ja ja ein rubin noch ein rubin wenn man irgendwas interessantes hier vielleicht zum beispiel wenn ich das hier weg mache aber jetzt zur zeit verschwindet ich weiß nicht ob er irgendwas wichtiges gewesen ist oder soll man sowas wissen vielleicht hier oben nein so nun gut das hat also nichts gebracht hier lass mich weg hier wie komme ich denn da oben zu bald hin ok hier sind wir auf jeden Fall haufenweise Minispiele wie gesagt wenn das irgendwas mit Headseins zu tun hat mache ich das vermutlich ganz am Schluss das let's place weil ich nicht vorher lust drauf habe wie komme ich denn hier verstehe es nicht ok hier komme ich also gar nicht hin denn gut habe ich das auch begriffen kann ich von hier oben irgendwas noch machen kann ich hier vielleicht weiter latschen aber ich glaube nämlich nicht hier ist alles zu ja das ist jetzt doof irgendwie jetzt will ich den blöden Weg zu diesem blöden Wald nicht na geh weg hallo lass mich doch mal durch hier ach doof 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 also wieder nach oben werden wir mal gucken dass wir da mal hinkommen das wäre so schön es wäre so toll wenn ich mal was finden könnte ja rein theoretisch nutze ich dann noch weiter nach oben ja ähm wie darf man da überhaupt hin ich habe gerade so den Eindruck dass ich da nie hinkomme zum Wald da oben ja ja war nicht so toll lass mich weg hier da schon wenn es mir was keine ahnung lauf nach oben ok jetzt bin ich ja hier ganz wieder da ganz am Anfang mal war als ich in der Schatten märz kam ist nix dann habe ich keine ahnung oder ist also aus wirklich den muss ich doch ins wasser kann aus sein kann nicht ins wasser ich habe keine ahnung wie ich zu dem wald komme das ist natürlich extrem doof jetzt von oben da irgendwie hin ja hier bin ich ins wasser das ist toll moment doch hinterhaken da kann ich mich dann irgendwo darüber ziehen hinterhaken da dazu gehen wir ins wasser wenn ich jetzt hier lang schwimme ich vielleicht irgendwo hier oben rauskommt kann er sein ausprobieren ja da oben könnte ich an land gehen wird mir noch nicht viel bringen wenn ich an der falschen seite bin da ist ein strudel sonst nix und ich gehe mal in diesen strudel rein vielleicht bringt er was wenn ich dann mal dürfte so wo bringt er mich hin weiter wo ich hin möchte ich bringe mich nochmal in die selbe stelle schön was schon doch mal link ich weiß nicht wo ich bin okay irgendwo mit eis oder so okay gucken auf die karte ja hier ist dann befinden das hier bin ich komplett falsch hurra ich habe keine ahnung das ist doof jetzt denke ich hier nämlich irgendwo fest denken ich bin komplett hier okay auch das klingt so langsam schwimmt verstehe ich nicht ja ist klar ich habe ja mal wieder ein land was aber wie viel ziehen die mir dann ab sehr heftig ich bin gleich tot vielleicht gar nicht so schlecht vielleicht kann ich dann woanders starten da kommt für die mich jetzt habt ihr alle die möglichkeit mich zu töten und keiner macht das oder wie ich so okay genau game over speichern und weiter erstatte ich hier okay gut so ungefähr wollte ich das auch da klingt alles nix ich hab halt so keine ahnung ich hänge völlig fest jetzt schon wieder ach nö irgendwie muss ich doch hinkommen zu dem wald kann nicht so schwer sein da hinzukommen ah ja ich glaube ich sehe da was ich habe mich da am besten hin ja aber nicht so ich konnte diesen stein ja nicht wegnehmen da ist auch tempel nummer vier das auch okay wie komme ich denn sonst da hin oder geht er nur von da okay ouch ich bin ich weiß nicht ich finde nix mehr gerade konzentration ist mal wieder auf null klingt daran dass hier bei mir zu hause auch immer so viel krank passiert dass mich immer wieder ablenkt kann hier irgendwo was machen nein muss mich da glaube ich rüber ziehen ich glaube so wäre das was wenn ich darüber irgendwie komme ich muss darüber auch dieser blöde mob denn das bringt gar nix ja schön so ein bisschen wie komme ich darüber das bringt ja alles nix muss man hier darüber kommen das ist so blöde weil mich der bockel hier in der schattenwelt auch nicht irgendwo hinbringen kann das ärgert mich ich glaube ich muss noch mal dahin wo diese mini spiele waren ich bin gleich schon tot das stirbt doch endlich mal so drei herzen habe ich schön kann immer mehr das hämmerchen auswählen und weg hier weg habe ich gesagt link mein gott weg 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 von hier Ich habe echt keine Ahnung. Ich hänge sowas von gerade schon wieder fest. Das kotzt an. Gehen wir weg. Hier war der blöde Bombenhinter. Das weiß ich ja noch. Okay. Hier ist das gewesen. Ich habe keine Ahnung. Ich hänge sowas von. Hier bin ich wieder hier. Schön. Hatou? Keine Ahnung. Mal wieder. Das ist doof. Warum kann ich den Stein nicht wegnehmen? Ich verstehe es nicht. So. Genau. Hier ist wieder das. Wenn ich hier hochgehe, bin ich jetzt wieder bei dem Minispiel. Wieso kann ich diesen Stein da oben nicht wegnehmen? Ich verstehe es nicht. Ne, ich kann den nicht wegnehmen. Hatou nicht. Kann ich den vielleicht wegsprengen? Vielleicht geht das. Ne. Hier geht gar nichts mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich muss nachgucken, weil mich gerade alles ankotzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Totten mal zu können. Wie weitzego? Bis zum nächsten Mal.